Hallo und willkommen zum Probe-Podcast. Beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Ich bin Sascha Markmann und ich heiße euch willkommen. Natürlich haben wir heute auch Gäste da. Ich sage mal hallo Thomas. Moin. Hallo Bernie. Ja, hallo. Genau, wir haben mal wieder einen Bernd in unserem kleinen Proberaum. Diesmal aber nicht den Bernd Kistenmacher, sondern diesmal haben wir den Bernd Michael Land. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ja, wir uns auch. Ganz groß. Jetzt fragen sich bestimmt einige Leute, wer ist denn das? Was macht der? Soll ich dich ein bisschen vorstellen oder möchtest du das selber machen? Wie wollen wir das machen? Mir ist das egal. Also, bei der Recherche über den Bernie findet man ganz viele Fotos. Man könnte sagen, dass du ein Studio in der Größe von Hans Zimmers Proberaum hattest. Also, du hattest ein altes Forsthaus, in dem der Dachboden, glaube ich, ausgebaut war zum Studio und dieser Dachboden, wie groß war der? 110 Quadratmeter. 110 Quadratmeter. Ich glaube, da hast du sogar noch was von übrig. Ja, ich habe hier auch noch ein bisschen was übrig, aber durch den Umzug. Ich habe jetzt hier die Hälfte, also 50 Quadratmeter Studio plus ein paar Neben- und Abstellräume, wo die Kabel sind und die Cases und so. Aber da musste ich natürlich mich doch von einigen Sachen trennen. Dieses Dachgeschoss, das war eigentlich in einem Anbau, war früher mal ein Stall. Unten drunter war Partyzone, war Partyraum und ja, so ein großer Flur. Ich bin früher viel Motorrad gefahren. Mein Wunsch war es, immer mit dem Motorrad ins Haus zu fahren. Das hat man da verwirklicht. Da standen da unten noch drei Motorräder rum und oben war dann das Studio auf zwei Ebenen. Und da hatte ich ganz viele große Modularsysteme. Also die Schrankwand war fünfeinhalb Meter breit und zwei Meter zwanzig hoch. Das war schon richtig riesig. Ich denke, das ist so mit das Größte der Welt gewesen damals. Genau, das wollte ich damit andeuten. Ich hoffe, dass es rübergekommen. Aber um das nicht nur auf dieses große Studio zu reduzieren. Du bist, so wie viele Musiker hier in Deutschland, du bist ja quasi ein Multitalent. Du hast eine eigene Firma gehabt. Korrigiere ich mich, eine Dachdeckerei? Nee, ich hatte Sicherheitstechnik gemacht. Ich bin auf Schlossern aus dem Schweißfachen. Ja, hatte ich jahrelang gemacht und selbstständig. Und habe dann vor zehn Jahren aufgehört. Genau, das ist sozusagen dein Brötchenjob gewesen. Und dann bist du auch jetzt mittlerweile voll, hundertprozentig, Vollzeit könnte man sagen, Profimusiker. Ja, ich muss nichts anderes. Ich habe auch gut zu tun bis oben. Du hast quasi, ich sage mal so in den letzten 20 Jahren, glaube ich, jedes Jahr, wenn ich mich nicht irre, so ein bis zwei Alben veröffentlicht. Und bist eigentlich auch sehr viel live, glaube ich, unterwegs. Okay, jetzt mal abgesehen von den letzten zwei Jahren, wo das ja für alle Musiker, für alle, für uns alle, auch nicht Musiker, etwas schwieriger war. Aber ansonsten bist du, glaube ich, sehr viel beschäftigt und auch viel unterwegs. Ja, ich bin ja wirklich den ganzen Tag im Studio eigentlich. Also ich habe schon so meinen acht bis zehn Stunden Tag, ganz normal. Zwischendurch fahre ich mal Fahrrad oder gehe mal frühstücken, aber ich bin, das ist ein richtiger Job. Also ich bin morgens hier unten und zuallererst im Büro so ein Stündchen und dann bin ich hier im Studio und bin hier am Werkeln. Mhm. Ja. Ich habe das vorher auch gemacht, aber eben nicht so intensiv, weil ich ja die Zeit nicht hatte. Ich hatte immer Samstag, Sonntag und Mittwoch im Studio gewurstelt und dann auch mal abends ein paar Stündchen. Aber da hatte ich halt die Firma noch, da ging nicht mehr. Angefangen habe ich 69 mit Musik. Wollte ich gerade sagen, du hast sehr früh angefangen. Ich glaube, dein erstes Album hast du, glaube ich, 74 oder 78? Ja, 74. 74 veröffentlicht, genau. Und seitdem eigentlich immer regelmäßig. In den Anfangsjahren ein bisschen weniger häufig, aber dann wirklich regelmäßig jedes Jahr ein bis zwei Alben. Ich habe so eine Lücke dazwischen, zwischen 83 und 93 oder beziehungsweise 91, weil ich 83 da so mich selbstständig gemacht habe. Und dann war eben, wie gesagt, zwei Kinderchen und Family und dann ist das alles ein bisschen nach hinten gekommen. Und da waren andere Dinge, hatten eben eine höhere Priorität. Aber ansonsten Musik hatte ich immer gemacht. Nur ich habe dann halt keine Platten gemacht, dafür hat einfach die Zeit nicht gereicht. Musikalisch bist du relativ bereit aufgestellt. Das geht bei dir von Ambient-Sachen, von Klang, von akustischen Instrumenten, die du einsetzt in deiner Ambient-Musik. Da hast du, glaube ich, eine große Sammlung auch an Klangschalen. Auch Gongs. Auch Gongs, genau. Und hast aber auch, bist auch mehr so ein bisschen in tanzbarer Musik unterwegs oder du warst es zumindest. Und hast sogar Hausmusik gemacht. Also nicht Hausmusik zu Hause, sondern die elektronische Tanzmusik. Ja, mit Coco zusammen, da haben wir viele Gigs gemacht. Aliens Project, ne? Genau, das war mein Pseudonym, Aliens Project. Ich habe damals viel unter Aliens Project gemacht, weil ich die Firma noch hatte und ich wollte nicht, dass irgendwie die Kunden irgendwo da mich mit Musik in Verbindung bringen. Das wollte ich immer trennen damals. Deswegen habe ich da auch ganz wenig Verbindungen irgendwie zu meinem richtigen Namen gemacht. Und da lief vieles unter irgendwelchen Pseudonymen. Genau. Und ich hatte, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Musiker es machen, aber du bist einer von den wenigen Musikern, zumindest die mir in Deutschland bekannt sind, die sehr spezielle Live-Konzerte geben. Ich weiß nicht, ob du es immer noch machst, aber du hast, glaube ich, mal eine ganze Weile Quadrophonie-Konzerte gegeben. Ja. Also nicht nur Stereo. Letzte Woche in Hexagonie. Boah, okay. Sexkanal. Wahnsinn. Ja, das mache ich seit, also seit 2011 bin ich da dran mit quadrophonischen Konzerten und habe da auch so was Eigenes entwickelt. Also so, wie es aufgebaut wird. Und ja, und das wird seit 2011 live präsentiert. Und jetzt seit einem Jahr bin ich da, oder beziehungsweise seit 2020 bin ich an Sexkanal dran. Wie muss man sich das vorstellen? Machst du das, regelst du die, einfach die unterschiedlichen Instrumente dann immer einem Kanal dazu? Oder wie kriegst du da Bewegung rein? Weil bei Stereo ist klar, da kann man ja halt über Spanning einmal links, rechts machen. Wie muss man sich das bei Hexagonie vorstellen? Ja, es gibt ja bei Hexagonie und Quadrophonie, es gibt ja verschiedene Variationen. Es gibt ja auch so Surround-Systeme. Das ist aber alles anders, weil alles, was es da in der Richtung gibt, so 5-7, 5-1 und so weiter, die versuchen ja eigentlich einen möglichst authentischen Klang von der Bühne oder vom Konzertsaal in deine Wohnung zu packen. Und das will ich ja gar nicht. Ich will ja das Gegenteil. Ich will ja was Surreales schaffen. Und deswegen ist dieses Quadrophonie, wie ich es mache, man nennt es diskrete Quadrophonie, ein bisschen anders vom Konzept her, wie so zum Beispiel Pseudo-Quadrophonie. Du kannst ja auch einfach Diagonal-Stereo auf hier Lautsprecher verteilen. Dann hast du auch Quadrophonie. Das ist aber keine richtige Quadrophonie. Bei mir ist es so, dass jeder Kanal ein eigenes Signal trägt. Also es ist nicht irgendwie aus dem Stereo-Signal raus, sondern jeder Kanal hat sein eigenes Signal und seine eigenen Audiodateien und ist dann ganz bestimmten Kanal zugeordnet. Und Quadrophonie, dann ist es so, dass ich vier Signalquellen habe, die dann aber auch über einen Quad-Prozessor nochmal im Raum sich bewegen können, weil es ist zu langweilig, wenn du nur Kanal 1 auf Box 1 hast. Und da habe ich so einen Quad-Messager, so einen Quadrophonie-Prozessor, der kann dann das Signal von Lautsprecher 1 auch auf 2 oder auf 3 oder 4 oder kann es langsam im Raum bewegen. Und dann hat das so eine Tiefe. Ist das über CV steuerbar? Also über Steuerspannung? Ja, es ist über CV steuerbar. Das Ding hat auch einen eigenen LFO und den kannst du auch in der Intensität und Geschwindigkeit regeln. Meistens mache ich das sogar manuell so aus dem Bauch raus. Also das bedeutet ja im Endeffekt, das Ding hat vier Eingänge und vier Ausgänge für dieses Audio. Genau, du hast vier VCA als Eingang, also vier Verstärkerstufen, Eingangsstufen und auch vier Ausgänge. Du kannst ein Monosignal in einen Kanal geben und kannst das dann im Raum kreisen lassen oder auch ein Stereo-Signal in A und C und dann hast du dann praktisch so ein Diagonal-Stereo, was sich im Raum dreht. Aber es ist so, dass ich alle Einzelkanäle beschicke und dann habe ich das praktisch im Raum. Und die Besonderheit dabei ist eigentlich das, dass du keine authentische Wiedergabe haben kannst bei Quadrophonie. Du hast ja eine Raumecke mit 90 Grad, aber der Lautsprecher hat nur 60, also hast du irgendwelche Lücken. Und du hörst hinten ja anders, aber jede Box ist ja gleichberechtigt. Und das macht so ein bisschen das Surreal. Dazu auch bei der Aufnahme. Ich nehme ja mit Kunstkopf auf und versuche das Signal nach oben und nach unten zu verändern. Das heißt, wenn du einen Kunstkopf nimmst und hältst den Waagrecht über einen fließenden Bach, über so einen kleinen Wasserfall und drehst diesen Kunstkopf dabei und spielst es dann quadrophonisch ab, das ist total irre. Weil das Signal, das dreht sich nicht nur um dich, das geht auch rauf und runter. Du hast das Gefühl, es kommt mal von oben, mal von unten. Das müssen wir erklären. Was ist ein Kunstkopf? Ja, ein Kunstkopf ist eigentlich ein Mikrofon, ein Stereomikrofon, das in einem künstlichen Kopf, in so einem Kunststoffkopf eingebaut ist, mit nachgebildeten Ohren und eigentlich möglichst authentisch, man sagt ja binaural, möglichst authentisch so aufnimmt, wie der Mensch hört. Und es ist natürlich dann so ein bisschen Gaga, wenn du auf einmal die Ohren eben umgedreht hast. Ja, wenn deine Nase plötzlich hinten ist vom Klangerlebnis. Das macht ein sehr surreales Klangbild. Wollte ich gerade sagen, es ist auf jeden Fall surreal, wenn man sich das so vorstellt. Es ist ein echtes Erlebnis, das kann man nicht beschreiben, du kannst es auch so nicht auf eine Platte pressen, aber wenn du im Raum bist, dann klingt es schon wirklich gigantisch. Und ich hatte es jetzt gerade am Wochenende gehabt am vergangenen, da war eine Kunstausstellung und da lief das Samstag, den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag von morgens bis abends immer 90 Minuten mit Visuals zusammen. Die Leute waren alle begeistert. Also ich hätte nie gedacht, dass sich da Leute 90 Minuten auf den Stuhl hocken und sich das angetun. Aber es war wirklich sehr positiv. Dabei spielt das ja auch eine Rolle, wo ich mich im Raum befinde, weil egal in welcher Position ich bin, ich habe dann ja immer ein anderes Hörerlebnis. Das ist auch das Problem dabei. Es beißen sich hier zwei Dinge, die nicht funktionieren. Das ist einmal dieser Riesenaufwand, den du hast. Das heißt, du brauchst ja sechs Klangquellen. Du brauchst sechs Lautsprecher, sechs Aktivboxen, die müssen alle verkabelt werden. Normalerweise hast du hier nur zwei Boxen, zwei Kabel fertig. Und so musst du ja bis in die Raumecken, das heißt, du musst dann auch mal 60, 80 Meter Kabel verlegen. Die müssen natürlich auch alle Strom haben, die Aktivboxen. Das heißt, da fängst du mit Netzkabel auch noch an. Dann musst du das alles entsprechend so verlegen, dass keiner beim Notausgang über das Kabel stolpern kann. Der Aufwand ist sehr groß. Und im Gegensatz zu diesem Riesenaufwand hast du nur wenig Publikum, weil es ist ja nur dann wirklich wirksam, wenn du dich irgendwo in der Mitte aufhältst. Genau. Und das funktioniert nur mit 50 Leuten. Und wenn nur 50 Leute da kommen, dann kriegst du auch keine Gage zusammen. Also das ist das Problem an der ganzen Sache. So toll das ist, aber es passt einfach der Aufwand zu dem, was du an Geld damit verdienen kannst, das passt nicht. Und das funktioniert immer nur dann, wenn das eine Möglichkeit ist, wo das länger laufen kann. Im Februar läuft es acht Tage lang, also über zwei Wochenenden, die ganze Woche über jeden Tag mehrere Stunden. Und dann kommen dann, weil du nur einmal den Aufbau hast und einmal den Abbau hast und dann kommen im Laufe dieser acht, neun Tage, kommen dann hoffentlich genug Leute, dass sich das rechnet. Aber sonst brauchst du immer irgendwelche Sponsoren, wo dann irgendeine Bank oder eine Versicherung oder irgendwie ein Verein oder die Stadt oder was irgendjemand eben Sponsor macht. Sonst passt es nicht. Ja, das ist erklärt. Und ich werde immer angefragt. Ich könnte es über alle machen, aber eben mit dem Aufwand. Ein Bus bis unter dem Dach vollgeknallt mit Zeug und dann eben für die paar Euro-Gage, das passt irgendwie nicht. Ja, da steht da halt der Kosten-Nutz-Faktor, stehen sich da gegenüber. Ja, und gerade wenn du dann eben irgendwie auch sehen musst, dass du davon irgendwie deine Miete bezahlst, dann ist es natürlich blöd, ne? Das ist klar. Ja. So aus Hobby kann man das natürlich machen, ne? Ja. Aber trotz allem ist es schon, ich mache es gerne mal, aber ich mache es eben nicht grundsätzlich, weil es oftmals auch vom Raum her nicht geht. Da ist die Theke im Weg oder da geht es zur Toilette und da kannst du keine Box hinstellen oder, oder, oder. Das funktioniert also nicht mehr so. Ich habe mir tatsächlich vor etlichen Monaten mal, ich glaube sogar im letzten Jahr, von der Firma Sennheiser einen so Ohrstöpsel gekauft, die an mein iPhone passen. Und die Dinge sind tatsächlich auch Mikrofone gleichzeitig und können quasi so binaurale Geschichten halt auch so ein bisschen wenigstens aufnehmen. Ich bin immer noch dabei, irgendwie Field Recording damit zu machen und so ein bisschen rum zu experimentieren. Die Software, die da mitgeliefert ist, die ist jetzt nicht so der Oberhammer und es kommt auch nur eine Stereospur dabei raus. Aber ja, also ich glaube, wenn jemand da mal mit rum experimentieren möchte mit Kunstkopf und mit die neuralen Geschichten ist das, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Die waren auch nicht so teuer. Ich glaube, 40 Euro habe ich, glaube ich, bezahlt. Bei meinem Sony Z1 Handy, was vor ein paar Jahren aktuell war, da war das auch so gewesen. Da hatte man in jedem Ohrpelnöppel mit Kabel, hatte man auch ein Mikrofon drin für dieses Active Noise Cancelling. Und man konnte damit auch, ja, quasi aufnehmen, da hat man interessante Experimente mitmachen können. Also ich habe mich damals mit auch schon beschäftigt. Oh, die sind sogar günstiger geworden. Die heißen Sennheiser Ambeo Smart Headset für iOS für 3D-Videosound, kosten aktuell 33,98 und haltet euch fest. Unverbindliche Preisempfehlung, 299 Euro. Ja. Also das ist wirklich ein Schnäppchen. Ist ein Schnapper. Sehr günstig, sehr günstig. Das war früher mal alles richtig teuer. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht tatsächlich so ein Ausverkaufspreis ist und Sennheiser diese Mikrofone-Headset nicht mehr anbieten würde. Du hast doch, Bernie, diesen klassischen Kunstkopf, ne? Ja, von AKG, Harry heißt der. Genau. Der war ja auch mal dieses Logo für irgendeine Funkausstellung. Glaube ich. Ja, das weiß ich nicht. Daher kenne ich. Ja, stimmt. Aber ich weiß nicht, jeder Hersteller hat ja irgendwie, Sennheiser hat ja auch Kunstköpfe gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das der AKG Harry war. Ja, aber ich meine, es war der Harry gewesen, weil der ja diesen geschichteten Schaumstoff irgendwie so darstellt. Ja, der ist so kantig irgendwie. Genau, genau. Die sind keine Rundungen da, sondern das ist so in kantigen Schichten aufeinandergelegt. Also genau, das war das. Und kriegst du jetzt als Lampe bei Ikea. Süß, ja. Schön. Ui, du hast die Mikrofone. Ja, die Mikrofone da drin sind wirklich gut und man kann sehr authentisch damit aufnehmen. Aber es wird eben auch immer so ein bisschen oft überbewertet, weil, weißt du, wenn du dann ein Handy hast und, naja, da kommt da nicht so viel wirklich rum. Ja, klar. Was haltet ihr davon? Wollen wir ein paar News machen? Ich habe zurzeit keine News. Was? Der Termin, der ist jetzt so schnell von einer Aufnahme zu einer Aufnahme. Also komm, also da lagen mindestens ein paar Tage dazwischen jetzt. Ich hätte vielleicht ein bisschen was zu erzählen. So zwei, drei Sachen hier. Erzähl mal. Der Soundburger ist zurück. Der Soundburger. Jetzt fragen alle so, was ist das denn? Es ist tatsächlich, ich könnte mir vorstellen, dass Bernie das Ding wahrscheinlich sogar noch kennt. Audiotechniker legt den Soundburger AT-SB2022 neu auf. Das ist ein mobiler Plattenspieler. Ach Gott, das Ding, was keiner braucht, ja. AT, was? A, T, S, B, 20, 22. Kostet 200 Euro. Und das Ding ist tatsächlich ein transportabler, mobiler Plattenspieler für echte, große Vinylplatten. Hat sogar den entsprechenden Tonkopfarm, ist alles mit dabei. Kann man quasi aufklappen, eine Platte drauflegen. Du, ich habe das Original. Nein. Doch, ich habe das Original im Keller. Wahnsinn. Super. Habe ich in England den so einen, wie nennt man das, so Ankauf-Verkauf-Laden gekauft für, ich glaube, damals fünf oder sechs Pfund. Du brauchst noch einen neuen Rechner, das kannst du jetzt als Vintage-Gerät verkaufen für mindestens 400 Euro. Stimmt. Eine neue hat sogar USB. Gut. Was haben wir denn noch? Mal gucken, gibt es noch irgendwas anderes Spannendes? Ja, Poly & Play. Kennt ihr? Nee. Groovebox aus Polen. Nee, noch nicht mehr. Ja, die Polen stellen jetzt auch Grooveboxen her. Ja, Poly & Play hat ein Update rausgebracht für ihre neue Groovebox, die ich glaube, dieses Jahr ist die, glaube ich, auf den Markt gekommen. Das ist so ein super Booth. Der Poly & Play ist eine Sample-basierte Groovebox. Wir hatten ja mal vor ein paar Folgen, hatten ja, glaube ich, mal ein Schwerpunktthema Grooveboxen. Das Ding würde sich quasi da nahtlos mit einreihen. Hat ganz viele Pads, ein kleines Display, viele Drehregler, viele Endlos-Encoder und ist, was so die Herangehensweise angeht, ziemlich innovativ. Weil du quasi Step-basiert deine Änderungen und deine Samples einstellst und nicht irgendwie mit einer Lauflichtlinie oder so. Das hat er natürlich auch, aber du bist quasi sehr Step-zentriert und alles dreht sich eigentlich um die Steps. Hat auch entsprechende, unterschiedliche Abspiel-Modi mit dabei. Du kannst sogar Rhythmen zufällig generieren lassen. Also auch diese, wie heißt das, dieser generative Ansatz mit Euclidien und mit irgendwelchen Templates, rhythmischen Templates und so weiter. Ist alles mit drin, kann man alles verwenden. Acht Samplespuren, acht Midi-Spuren. Die haben jetzt ein Firmware-Update rausgebracht und man kann jetzt sogar die einzelnen Spuren, die man da sich gebaut hat, die kann man als Samples exportieren. Als Stamps auf SD-Karte. Polyend ist also praktisch aus Polen, ja? Das ist eine polnische Firma, genau. Wusste ich nicht. Verbeihornung. Firmen im Osten, die sehr, sehr innovativ sind. Polyend ist die Verbeihornung von Poland. Polyend. Da muss man erst mal drauf kommen, ne? Ja, okay. Hoffentlich hat es nicht wieder so ein kleines, probeliges OLED-Display mit winziger Schrift. Ich kann das nicht lesen. Ich tue mir da weh bei. Ich habe mir das Ding tatsächlich jetzt mal geholt, um das mal auszuprobieren. Und das geht. Also mit Lesebrille kann ich es lesen. Ich habe also auch schon bei dem Micro-Freak ein bisschen Probleme. Manche Sachen sind echt zu winzig. Die kann ich nicht mehr entziffern. Ja, da gibt es tolle Sachen und man kann es nicht nutzen. Ja, und dann haben sie den Mini-Freak, haben sie ja, haben sie dann, der jetzt rausgekommen ist von Arturia, ich hätte jetzt mir gewünscht, dass sie da ein bisschen größeres Display verbauen. Nee, haben sie nicht gemacht. Genau das gleiche Furz-Display. Ja, es ist wahrscheinlich die gleiche Technik soweit. Und ein bisschen erweitert halt mit mehr Stimmen und Tastatur, aber so im Großen und Ganzen. Ja, aber ein 20% größeres Display macht den Kugel jetzt auch nicht so fett, oder? Ja, muss ja nicht so feinpixelig sein. Kann ja ein bisschen grobpixeliger sein, aber ein bisschen größer. Ich merke das ja bei mir auch, je nach Tagesform sind meine Augen mal besser oder mal schlechter. Ja, und da kann ich selbst so ein großes Display wie halt Micro Korg oder Micro Korg X, kann ich dann schon echt schwer ablesen. Also am schlimmsten, finde ich, ist da immer noch Elektron. Also die haben bei den kleinen günstigen Modellen von denen, bei den Model Cycles und den Model Samples, das Display ist so ein Daumennagel groß. Das wäre ja okay, wenn man irgendwie so mal vielleicht einfach so ein Patch einstellen will oder so. Das wäre ja noch okay, aber warum, lieber Sündgott, haben sie das Ding weiße, blaue Schrift auf weißem Hintergrund gemacht? Oh ja. Ganz, ganz übel, wirklich. Das Problem ist ja auch, dass diese OLED-Dinge nicht ewig halten. Die haben ja doch eine begrenzte Lebensdauer. Und wenn das Ding mal zehn Jahre alt ist, dann stehst du dann da und Display wechseln, das lohnt sich dann alles gar nicht mehr. Vorher verkleben die gummierten Knöpfe. Oder so, ja. Musst du vor mehr. Ich habe das bei keinem Instrument. Also ich habe noch nichts, wo irgendwie Knöpfe kleben. Weiß nicht, aber ich weiß auch nicht, was die Leute machen. Ich hatte mir vor etlichen Jahren mal einen Eddie Rule R9 gekauft. Das ist so ein Field Recorder, um einen lieben Freund von mir aufzunehmen, also sein Klavierspiel. Und nach ein paar Jahren, wo ich das Ding nicht benutzt habe, habe ich es dann irgendwann mal wieder rausgekramt aus dem Schrank und musste dann feststellen, dass die gesamte gummierte Oberfläche geklebt hat. Hä? Ich habe dann im Sequencer-Forum geguckt, ob es da irgendwelche Tipps gibt, wie man sowas wegkriegen kann. Und es gab da so verschiedene Sachen. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und letztendlich habe ich das Ding dann nachher in Elektroshot gebracht. Das war sehr schade, weil das Gerät an sich eigentlich funktioniert hat. Aber das Gehäuse hat halt geklebt, wie Sau. Also ich hatte das bis jetzt noch nie, aber ich habe davon gehört. Und auch bei einigen Geräten soll es wohl so sein, dass diese Knöpfe, dass der Weichmacher, der irgendwie verrückt spielt und dass es irgendwie pappig wird. Aber ich hatte es noch nie. Ich hatte das bis jetzt nur beim Akkuschlagbohrer gehabt, dass mir dann der Akkuschlagbohrer in der Hand kleben lieb. Du musst mehr Löcher bohren durch den Staub, wenn du es neutralisiert hast. Richtig. Das habe ich dann auch gemacht. Das schöne Bohrmehl. Also ihr meint, wenn man seine Geräte alle hier mit so Decksavern, also mit diesem Plastikhauben vor Staub schützt, dass das dann dazu führt, dass die Dinger irgendwann kleben. Das heißt, man sollte sie vielleicht einfach dem Staub aussetzen, dass sich da so eine Patina drauf bildet. Das kann natürlich sein, dass sie damit rechnen. Ich weiß es nicht. Mein Pro-Tipp ist einfach, ich lege überall Geschirr-Trockentücher drüber. Ich brauche keine teuren Hardcases. Die Dinger, wenn sie dreckig sind, kommen in der Waschmaschine und gut ist. Da ist ja dann aber auch ein bisschen Luft dran. Das ist ja dann vielleicht ganz okay. Also ich benutze mein Zeug einfach und ich decke überhaupt nichts ab. Und ich habe halt den Vorteil hier, ich habe keine Teppiche, keine Stoffe, ich habe keine Gardinen, keine Vorhänge, nichts. Und der Boden ist glatt und deswegen habe ich auch wenig Staub hier drin. Ja, ich habe meinen ganzen Krempel im Schlafzimmer stehen. Ja, das ist ganz schlimm. Ich habe hier das Staubmonster schlechthin. Ja, ganz schlimm ist das natürlich. Da hast du jeden Fussel, alles wirbelst dir auf, wenn du dich nur zudeckst. Das ist natürlich klar. Das habe ich hier gar nicht. Was viel schlimmer ist als Schlafzimmer, ist Kinder. Vor allem Mädchen mit langen Haaren. Ja, das bin ich ja selber. Bei mir findest du ja auch wirklich auf jedem Foto, was ich gemacht habe, irgendwo ein Haar von mir auf dem Panel. Das ist so nervig. Und ich kann mir die Haare bürsten und fünf Minuten später liegen sie schon wieder da. Also ich weiß nicht, wo die alle herkommen. Apropos Fotos. Also wenn man sich mal dein Profil auf sequencer.de anschaut. Da haben ja andere Leute, haben da irgendwie so ganz viel Text mit ganz vielen tollen langen Gierlisten und so. Und bei Bernie, da scrollt man eigentlich so die ersten zehn Minuten, also gefühlt zehn Minuten, einfach nur durch wirklich coole Fotos. Du hast viel, natürlich dein Forsthaus-Studio fotografiert, aber du hast auch viele, viele andere Fotos von deinen Konzerten. Und ja, das ist schon sehr beeindruckend, was du im Laufe der Jahre so gemacht hast. Ja, ich habe auf meiner Seite, auf der Aliens-Blog-Seite, da sind es glaube ich 18.000 Bilder oder sowas. Und auf der Bernd-Michael-Landt.com-Seite, da sind es aber auch 17.000. Das sammelt sich so an im Laufe der Jahre und du 50 Jahre Zeug machst und immer wieder so was veröffentlichst. Und dann hatte ich halt auch ein bisschen bekloppte Fahrzeuge und so. Ja, da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, dass da auch nicht nur Synthesizer zu sehen, sondern du bist auch, ich weiß nicht, ob du das noch aktiv machst, aber Hot Rod-Fan. Jetzt fragen bestimmt einige, was zum Teufel ist ein Hot Rod? Der Schrecken des TÜVs. Wenn du mit dem Auto von 1924 zum TÜV fährst, das irgendwie mal 18 PS hatte und stehst dann da auf dem Prüfstand und ja, die Leistung, die Nadel hängt auf Anschlag, weil er nicht weitergeht. Und du fährst dann auf einen anderen Leistungsprüfstand, der hat dann 400 und. Und dann fragte ich der TÜV-Prüfer, ja, haben Sie ein Leistungsgutachten von Ford von 1924? Ja, das ist dann halt schon so ein bisschen schwierig. Also der TÜV hat die letzten Jahre ganz schlimm zugeschlagen, was eigentlich eine Person nur zu verantworten hat, der Hot Rods hasst. Und dadurch ist die Szene sehr, sehr, sehr dünn geworden die letzten fünf Jahre, sechs Jahre. Und deswegen habe ich auch beide Hot Rods verkauft. Es gibt Politiker, die Hot Rods hassen? Ja, es ist eigentlich, es ist TÜV und der TÜV ist eigentlich auch nur ein Verein, so wie mein Karnickelverein hier oder irgendwie ein Gesangsverein oder sonst was. Aber sie meinen eben, sie hätten hoheitliche Rechte und der TÜV hat eben irgendwo einen langen Arm und hat eben versucht, dann mit aller Gewalt das durchzusetzen und seit Jahrzehnten stehende Gesetze irgendwie zu ändern. Und es hieß immer früher, der Umbau muss historisch sein, also älter wie 30 Jahre und jetzt irgendwie wurde das alles geändert. Und Leute, die schon 20, 30 Jahre hier autohistorisch fahren, müssten jetzt irgendwie alles wieder abgeben. Ja, ich finde es eigentlich ein bisschen eigenartig, was da so betrieben wird. Auf der einen Seite bei solchen Sachen, die halt niemandem wehtun, da wird massiv zugeschlagen. Und dann gleichzeitig dann hier bei diesen Elektroscootern, da werden beide Augen und beide Ohren zugemacht und da wird nichts gesagt. Ja, es ist so. Wenn ich die Dinge im Straßenverkehr sehe, wird mir jedes Mal schlecht. Ich habe jedes Mal Angst. Weißt du, es gab ja mal so Käfer-Umbauten früher in den 70er Jahren. Ja, die waren cool. Da wird dann so ein kleiner Porsche-Motor mit 90 PS eingebaut, ganz legal mit TÜV und Einzelabnahme. Das ist jetzt plötzlich nicht mehr legal, weil VW kein Leistungsgutachten unterschreibt, das sagt, ein Käfer ist für 90 PS gut und jetzt werden die Dinger nicht mehr über den TÜV gelassen. Und die Leute fahren 50 Jahre mit ihrem Auto rum, ja. Solche Sachen, die überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Ja, wenn das mal nicht nachhaltig ist, ne? Ja, es ist bescheuert. Weißt du, die Leute fahren einen Ami, der ist aus den 60er Jahren und haben da Aluminiumfelgen drauf, das haben die auch schon immer drauf gehabt, das sind halt nicht die Originalräder und jetzt wollen sie plötzlich ein Leistungsgutachten oder ein Gutachten für die Festigkeit von den Felgen haben, obwohl das Auto schon 50 Jahre auf den Felgen rollt oder 60. Und dann heißt es dann, ja, die sind zwar in Amerika zugelassen, aber in Amerika darf man ja nur 100 fahren oder 110, ja. Und hier können wir ja schneller fahren, als ob einer mit einem Auto von 1957 oder sowas mit 200 über die Autobahn brettert, selbst wenn er es könnte, ja. Das ist alles so an Haaren herbeigezogen, das sind so Prinzipsachen, ja. Ja, wenn du zum Beispiel einen Originallack hast und der ist ein bisschen vergammelt und das Auto ist so ein bisschen flugrostig, ja, ebenso, man nennt es ja schöne Patina, dann wird das nicht als historisch anerkannt, ja. Wenn du dann aber da mal schnell irgendwie drüber rollst in eine Nicht-Originalfarbe, dann ist er wieder okay, also irgendwie ist das nicht nachvollziehbar, was da geht. Das erinnert mich an den VW-Bus von einem Freund von mir, der hat sich da hinten, das ist ein ganz normaler, so ein Lieferwagen, T4, glaube ich, oder T3, egal. Er hat sich halt hinten eine Pritsche reingemacht, wo er dann sich eine Matratze draufgelegt hat, damit er damit halt den verreisen kann. Und er muss jedes Mal, wenn er beim TÜV ist, muss er das Ding losschrauben, dann gilt das als Ladung und dann ist das okay. Weil wenn er das festschraubt, dann gilt das als Bestandteil von dem Auto, also knack, da geht es nicht mehr, oder? Naja, es sind halt so die Vorschriften, aber im Moment ist es wirklich so, dass man versucht, irgendwie nur noch so original, möglichst deutsche Autos irgendwie hier zuzulassen und das ist eigentlich sehr schade. Und durch diese Abwrackprämie ist sowieso die ganze Oldtimer-Szene zerbröselt, weil du findest ja heute keinen alten Alpha oder Passat mehr, die sind ja alle in die Schrottpresse gewandert. Das ist ganz, ganz dünn geworden. Da muss man nach Polen gehen. Das ist wirklich so, also im Ausland findet man die ganzen alten Autos noch. Ja, und das ist auch einfach vom Anteil her an den Gesamtfahrzeugen, ja, ist das so minimal, das sind ja nur 0, was weiß ich was, ja. Ich meine, es gibt vielleicht zu diesen ganzen Millionen Autos in Deutschland, ja, da kommen dann diese, keine Ahnung, 300 Hot Hots, ja, wovon vielleicht auch nur 200 wirklich fahren. Ja, da macht man dann so eine Welle, ja, das muss nicht sein, also das ist irgendwie so ein bisschen nicht nachvollziehbar so ganz. Aber es ist in vielen Bereichen so und die, die nicht so nachvollziehbar sind. Und oft liegt es dann nur an einer Person, die da eben entsprechend Dampf macht. Gibt es ja viel. Naja, aber gut, es geht ja um Musik. Auch damit kann man Musik machen. Ich habe, ich habe, gestern habe ich ein Video gesehen von einem Künstler aus Kanada, der heißt Andrew Huang. Der macht halt, der macht seinen ganzen, also der ist Multi-Instrumentalist und kann halt ganz viele Instrumente spielen, Gitarre und halt auch Synthesizer, Modular Synthesizer, alles mögliche. Und der zeigt immer so, wie er so aus Alltagsgeräuschen so Sounds machen kann. Und dann hat er so ein lustiges Video gemacht, wo er so, ja, also man hat mich gebeten, herauszufinden, ob man mit dem Apple MacBook M2, also mit dem neuen, ob man damit gut Musik machen kann. Und dann hat er das halt wortwörtlich genommen und hat die Geräusche, die dieses Notebook von sich gibt, aufgezeichnet und hat das dann einfach zum Musikstück verarbeitet. Das fand ich so witzig. Vielleicht kann man das ja auch irgendwann nochmal mit einem Hotshot machen. Ja, also das Thema ist natürlich, ich habe auch kein Ami mehr. Also ich hatte jetzt bis zum Sommer, hatte ich noch einen Mustang gehabt, einen Cabrio und habe mich aber auch von dem getrennt. Ich habe mich schon immer gefragt. Aber das waren andere Gründe. Das war eigentlich einfach nur, weil das Auto unpraktisch war. Du kriegst keinen Parkplatz und es ist zu breit und es ist Tiefgarage oder so, kommst du irgendwo rein. Und da stand dann fast immer nur und da habe ich dann verkauft, habe mir ein Golf Cabrio geholt und all das. Mit Originalbauteilen. Ja, ich hänge ja da auch nicht so andere materiellen Dingen. Ich bin ja auch kein Synthesammler, auch wenn das manchmal so aussieht. Da wären wir nie drauf gekommen, aber da sollten wir vielleicht mal reingehen. Das finde ich sehr interessant. Also ich verkaufe die Sachen, wenn ich sie nicht mehr brauche. Das heißt, du hast auch wirklich alles benutzt, was bei dir da so rumstand auf dem Dachboden, oder? Ich benutze es ständig. Ja, ich benutze es ständig. Wenn ich was nicht mehr benutze, dann wird es verkauft. Ich habe zum Beispiel meinen AKS, meinen EMS AKS verkauft. Den hatte ich eigentlich angeschafft damals, um ihn live mitzunehmen. Dann war es mir irgendwie zu teuer und zu wertvoll, weil die ja mittlerweile weit über 10.000 Euro gehandelt waren. Da habe ich ihn verkauft. Weil ich ihn nicht mehr brauche. Jeder andere hätte gesagt, ich verkaufe das nicht, ich kriege das ja nie wieder. Aber ich mache Musik. Für mich ist das ein Instrument, das ist ein Werkzeug. Und wenn ich es nicht mehr brauche, geht es weg. Da steckt irgendwie noch der Schlosser in mir drin, der Metallbauer. Wenn ich fünf Hämmer habe und brauche nur drei, dann gehen zwei weg. Das ist so. Das ist Werkzeug. Ja, ich habe noch ein VCS 3, also ich habe ja noch ein EMS. Es ist nicht so, dass ich jetzt kein EMS mehr hätte. Der Bernd Kistenmacher hat im Prinzip eigentlich Ähnliches gesagt. Das fand ich sehr interessant. Und auch der Florian Anwander. Ja, das sind eigentlich die Leute, die Musik machen. Wer Musik macht, der reduziert das eben auf das, was er macht. Ich habe auch hier noch viel Platz. So, hier steht auch noch einiges rum, was ich nicht unbedingt brauche. Die Eurorex-Sachen, die habe ich eben für live. Das 5U, diese großen Sachen, die habe ich eben für im Studio. Ich arbeite lieber mit den Großen. Aber was ich nicht mehr brauche, geht weg. Das ist ganz einfach. Das ist so. Und ich habe schon hier sechs Meter, sechs laufende Meter Racks rausgeschmissen. Wo auch manch einer gesagt hat, oh. Und dich so ganz reduzieren und zu sagen, hey, ich will das total effizient haben. Ich mache jetzt nur noch in the box alles im Rechner. Das ist nichts für dich, oder? Nein, das ist vom Ablauf, von der Haptik ist das nichts. Ja, ich bin zum Beispiel jemand, der in den Moog einen Fußschalter reinsteckt, einen einfachen Fußtaster, der hat ja Switchtrigger und steppt damit den Sequenzarbeiter. Und Conga spiele ich dann dazu oder sowas. Also das ist einfach, ich bin jemand, der irgendwie so intuitiv arbeitet, der so anpackt. Und das sind so Sachen, die kann ich nicht machen. Oder wenn ich was am Minimoog spiele, dieser ganze Aufbau von dem Panel ist so, dass du blind irgendwo diesen Knopf greifst, genau triffst und genau das weißt, was du willst. Wenn du jetzt eine Kontrolle hast, wo du 25 Knöpfe hast, die alle gleich aussehen, klar kann man beschriften, aber es ist irgendwie ein anderes Arbeiten, weißt du? Es ist nicht das Gleiche. Musik ist Handwerk, ne? Wie war das? Musik machen wir das Handwerk. Diese großen Knöpfe sind auch, wenn du zum Beispiel eine Schwebung machen willst, ja, mit drei, vier, fünf Oszillatoren, hast schöne große Oszillatorenknöpfe zum Stimmen und du kannst die ganz fein justieren. Das ist irgendwie anders, als wenn du da so Puppelknöpfe hast und du drehst einen halben Millimeter und dann ist schon wieder alles, ist die Schwebung wieder weg, ja. Das ist einfach größer und schöner zum Packen irgendwie. Du kannst feiner damit arbeiten, die Auflösung ist irgendwie anders. Das heißt nicht, dass die Musik damit besser wird, ja. Aber du kannst eben damit andere Sounds machen oder feinfühliger als mit den kleinen Sachen. Solange der Platz noch da ist, ist es so. Irgendwann werde ich vielleicht hier mal ausziehen oder mein Studio aufgeben müssen aus Platzgründen oder so, was weiß ich denn. Und dann wird das alles nochmal verkleinert. Dann werde ich vielleicht mit Euroreg nur noch machen oder vielleicht wirklich in the Box. Kannst du dir das erklären, wo dieser Trend zu Miniatur-Instrumenten herkommt? Ich dachte jetzt zum Beispiel da ganz speziell an Teenage Engineering mit ihrem neuen Mini-Mischpult-Rekorder-Groovebox TX6. Die Leute haben keinen Platz. Ja, aber warum? Sind die Wohnungen kleiner geworden? Nein, ja, auch. Es ist oft so, guck mal, es ist alles teurer geworden. Die Leute haben kleine Wohnungen, haben oftmals zum Musikmachen nur so eine Ecke, so eine Ecke vielleicht auf dem Schreibtisch sogar. Und ja, da ist das halt schön, wenn du dann einfach so eine Klappe aufmachst. Und ja, das ist so. Das hat ja nicht jeder so viel Platz. Und dann ist teilweise auch, gerade wenn du zu zweit bist, dann ist der Partner, ach, wie sieht denn das aus? Kannst du das nicht wegräumen? Mach mal die Kabel weg. Und da hast du halt so Kleinkram schnell mal zusammengeschoben in eine Schublade oder in ein Schränkchen rein. Ja, die Kabel sind da wirklich. Weil der Putzfrau regt sich auch jedes Mal aus. Ja, ist halt so. Wenn früher jemand Stress hatte mit seiner Freundin, weil er irgendwie da so im Studio ein bisschen was hat, habe ich gesagt, du, lad sie ein, mach ein Grillparty, bring sie mit. Die hat dann auch nie wieder was gesagt, ja. Wenn dann jemand kam und hat gesagt, hier, das Bernis Orgelzimmer, guck mal. Das war dann auch okay, ja. Das war dann so total Schock, ja. Hatte das Orgelzimmer im Waldhaus nicht noch einen Spitznamen? Irgendwie so Valhalla oder so? Ja, Valhalla, das war das Modularsystem. Ja. Weil Wall, Valhalla. Aber das habe ich auch alles benutzt, das Zeug. Ich habe ja viel Sounds gemacht. Daher hatte ich ja auch so viel. Viel authentische Libraries. Und wenn dann einer kommt und sagt, ja, wir brauchen jetzt Sounds von dem und dem Gerät. Und dann brauchst du natürlich das Originalgerät. Da kommst du nicht drum rum. Dann wird es normalerweise danach zwar nicht mehr gebraucht, aber oft ist es so, dass du dann sagst, oh, ich habe den Platz, du lässt es halt stehen. Vielleicht braucht man es ja wieder mal. Du hast ja auch Sample-CDs in der Zeit lang vertrieben. Auch, ja. Ich habe überhaupt viel Sounds gemacht und Samples, ja. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Damals, als man noch CDs benutzt hat. Ja, aber ich habe ja auch librarymäßig irgendwie acht Terabyte Sounds, die für Leute waren. Das ist ja übersichtlich. Eine übersichtliche Menge, ja. Du hast... Ja, es kommt ja immer mal einer und sucht irgendwie was Spezielles. Hast du da auch quasi Auftragsarbeiten gemacht? Bist du quasi sozusagen... Ja, natürlich. Daher kommt es ja. Das wenigste war für meine CDs. Das meiste war irgendwie Sachen im Auftrag. Und ja, kommt ja jetzt auch noch vor, dass ich Sounds mache, spezielle Anfragen habe. Für Film, für TV, für Theaterzeugs und alles Mögliche. Und für irgendwie Trailer und Logo vertonen und so Zeug. Wir beide sind ja auch auf Facebook befreundet. Und da sehe ich ja immer wieder so deine Postings, wenn du irgendwie nominiert wirst für irgendwelche Preise. Und da hast du ja in den letzten Jahren ja doch ordentlich was abgeräumt. Ja, Schallwelle hatte ich gewonnen. Dann ein paar Mal auch einen dritten Platz gemacht bei der Schallwelle oder fünfter oder sowas. Dann Rock- und Poppreis habe ich insgesamt elf Mal. Bin aber jetzt schon wieder sieben Mal nominiert. Und ja, so hier und da noch was. Aber das ist ja auch nicht wichtig. Nee, aber umso erstaunlicher ist ja, dass du eigentlich hier in Deutschland so gut wie gar nicht bekannt bist. Das ist richtig. Das macht aber nichts. Ja gut, dann hat man seine Ruhe, sein Frieden. Das ist okay. Da vermutet man, ich glaube, das muss man auch nicht unbedingt haben. Ich glaube, nicht jeder hat den Dieter Bullen in sich. Ich finde das eigentlich ganz genau, ich finde das eigentlich ganz sympathisch, dass du da so einfach in dir selber ruhst und sagst so, ja, das ist nett. Also beim Hessen-Fernsehen, da war mal ein Interview, die waren mal hier und haben im Studio gedreht. Und das fängt an, er sagt, er ist ein Star, das weiß nur keiner. Das habe ich sogar noch auf Video. Ja, genau. Auf Videoband. Weil, wie gesagt, ich bin zwar international bekannt, aber in Deutschland nicht so. In Deutschland ist es eben auch so gewesen, dass es mir irgendwie, es war mir nie wichtig, ja. Und früher war es Hobby und jetzt mache ich eben Musik so. Aber hier ist eben so die 70er-Jahre heraus, Klaus Schulze, Tangerine Drehm und Jean-Michel Jarre und so Leute eben, das sind eben angesagte. Meine Musik war nie so glatt, dass ich da irgendwie in diese Schiene passe. Das ist eben so. Man vergleicht mich jetzt gerade mit Eberhard Schöner oder auch wieder Schulze. Und Schulze hat ja auch viel experimentelle Musik gemacht, die eigentlich auch wieder nicht so wirklich kommerziell war. Die sind oft nicht bekannt. Ja, man reduziert auch Tangerine Drehm immer nur auf diese zwei, drei wirklich ganz großen Alben. Diese Phaedra und so, das sind halt die Dinge. Aber die, die experimenteller waren, die sind auch nicht so bekannt. Da können die Leute nichts mit anfangen. Auch Evangelis, ja. Und der hat auch so experimentelle Sachen gemacht, die sind gar nicht so bekannt geworden. Aber so alles eben so, das normale Zeug, das ist natürlich durch die Decke gechartet. Weil es massenkompatibler ist. Ja, man kann das eben einfach auch mal irgendwo in der Disco spielen oder sowas. Ich habe vor vielen Jahren im Fernsehen einmal den Roberto Blanco bei einem Auftritt gesehen. Das ist bestimmt schon 30 Jahre her. Aber er ist dort aufgetreten und hat nicht einen seiner Schlager zum Besten gegeben, sondern er hat Jazz gesungen. Ich glaube, dass das bei vielen Vollblutmusikern ist das, glaube ich, so, dass die viel, viel mehr und auch ganz andere Sachen machen können. Anderes Beispiel, Charlie Watts, Schlagzeuger von den Rolling Stones, der hat auch eine Jazzband. Und viele. Hat dort getrommelt. Ja. Und das ist, glaube ich, bei vielen, vielen Leuten so. Okay, bei dem Charlie Watts ist das natürlich dann, da ist er dann dadurch halt auch bekannt geworden, dass er dann halt so eine Jazzcombe hat. Aber schau dir doch Helge Schneider an. Ich meine, den kennt man nur alle mit dem Katzenklo. Dabei ist das ein begnadeter Jazzmusiker. Ja, definitiv. Aber als Jazzmusiker nicht so bekannt wie eben mit seinem Klamaukzeug. Genau. Katzenklo kennt jeder, aber das, was er in der Jazzband macht, klar. Jeder weiß, dass er auch Jazzmusiker ist. Aber es gibt ganz viele, auch gerade aus der Schlagerecke, die eben auch sehr anspruchsvolle Musik machen, auch Jazz machen und die dafür gar nicht so bekannt sind. So Schlagermusiker, die eben einfach irgendwie bekannt geworden sind durch so Pegale, Pegale, ja, das Thema Jazz gesungen, da kommt keiner drauf. Das ist einfach so. Und ja, man ist halt Musiker und er ist halt Musiker. Aber es gibt ja auch viele Schauspieler, die Musiker sind. Ja. und wie Liefers oder so, was sind denn, ja, er ist eben eigentlich der Tatort-Kommissar, der Tatort-Mensch da, aber dass der auch ein begnadeter Musiker ist, das wissen viele nicht. Ich zum Beispiel auch nicht. Jan-Josef Liefers? Ja, der ist wirklich Musiker. Ja, und er macht auch richtig tolle Sachen, ist ein richtig guter Musiker, auch etabliert, hat eine tolle Band. Also von unserer Ochsen ist der Musiker jetzt nicht der Star. Okay. Man findet das oft. Auch hier Mila Jorovic, die man doch aus den Revelled and Evil Teilen kennt und so. Auch eine fantastische Sängerin, also eine ganz tolle Stimme. Ja, Wahnsinn. Okay. Also ich habe hier mal, ich folge ja auch auf Facebook und dann postet die manchmal so kleine Videosequenzen und das ist wirklich Hut ab. Ja, also es ist natürlich, Jazz ist eben nicht kommerziell, ja, das ist Ambient auch nicht, ja. Und wenn du sagst, ich mache Ambient und New Age und New Age, oh, das ist die Musik, wo man einpennt, Sag ich, ja, ist okay, wenn die Leute anstraten. Andreas Vollenweide hat die Leute verdorben. Ja, aber es ist okay, ja, ich sage den Leuten auch, hey, wenn euch die Augen zufallen und ihr fangt, fangt ihr an zu ratzen im Konzert, ist es okay, ja, schlaft halt, das ist okay. Dann habt ihr es doch verstanden, ja, ihr sollt ja hier entspannen und euch locker machen und wenn eben einer zu Hause die Platte hört und da am dritten Track einschläft und schläft eben ein und dann hört das eben einen Tag später nochmal weiter. Das ist alles egal. Also Vollenweide war das die erste Begegnung mit dieser Art von Musik und das hat mich damals so mit meinen zehn, zwölf Jahren total fasziniert, dass man mit solchen Geräuschen wie so Tropfstein Tropfen und das Geplätscher, was dann so in der Höhle ist, damit Musik machen kann und solche Stimmungen erzeugen, dass ich dann damals... Er war auch viel unterwegs, der hat ganz viel auch in Afrika aufgenommen und was weiß ich wo, überall. Da habe ich dann damals mein Casio Keyboard genommen und habe dann halt das total vergewaltigt, damit ich da auch so Geräusche kriege. Zählt er denn zu New Age oder ist das schon ein Weltmusik, wie man dieses Genre nennt? Ich glaube Weltmusik, ja, Weltmusik, ja. Aber das ist ja fließend. Ich finde diese Schubladen auch manchmal so ein bisschen doof, weil Weltmusik, okay, da findet man dann auch so Sachen aus Afrika oder aus Brasilien oder nennen irgendeinen Kontinent. Das finde ich immer so merkwürdig, warum man das da noch einkategorisiert, nur weil man dafür keine Schublade hat. Ja, dann packen wir das in die große Schublade Weltmusik. Nee, toll, super, da kannst du eigentlich alles reinpacken. Ja, aber viele haben ja mit so internationalen Künstlern auch zusammengearbeitet, ne? Trinien gemacht irgendwo. Also eins der genialsten Alben, die ich in den letzten Jahren so gehört habe, das ist tatsächlich von Paul Simon. Wie heißt das noch? Es liegt immer auf der Zunge. Ich könnte es jetzt singen, aber ich glaube, ich treffe die Noten nicht richtig. Also er hat mal mit afrikanischen Musikern zusammen ein Album gemacht, das fand ich so großartig, das hat mir richtig gut gefallen. Ging auch tatsächlich, ich glaube, zwei oder drei Stücke von der Platte waren tatsächlich auch in den Charts, das war, muss so in den 90ern gewesen sein. Was wollte ich damit sagen? Habe ich vergessen. Der Stil ist mir eigentlich auch egal. Es ist, ich sehe auch mich nicht in der Schublade hier, Berliner Schule oder so Ambient oder New Age, das gebe ich zwar so an, wenn mich einer fragt, aber eigentlich mache ich elektronische Musik und fertig. Ja, weil die meisten Leute damit was anfangen können. Ja, und elektronische Musik, gut, dann denken die vielleicht, ich mache Techno oder was. Das ist ja, ich glaube, dass ich mittlerweile so meinen eigenen Style gefunden habe und ich weiß, wo ich musikalisch eigentlich hin will und was ich machen will und ich habe mittlerweile und ich habe mittlerweile auch so ein paar Sachen, die viele eben anders machen, die ich eben auch wieder anders mache. Ich habe so eine eigene Vorstellung von meinem Sound. Ich versuche, Musik zu reduzieren, das heißt also eher weniger zu machen. Melodien, die hörst du bei mir eher im Hintergrund, die sind auch da manchmal, aber eher hintergründig und nicht dominierend wie bei allen anderen. Die Musik ist eher, wie soll ich sagen, ruhig und ein bisschen, naja, wenig Abwechslung drin und sie verändert sich oft nur subtil. Also ich mag es zum Beispiel, zum Beispiel, ich habe ein Stück gemacht, das besteht nur aus Akkorden, da ist überhaupt keine Melodie drin. Jetzt beim letzten Album, ich finde es total geil. Jeder andere hätte jetzt Klavier darüber gespielt, ich habe es ganz bewusst weggelassen weil das hätte mir dann diese Ruhe zerstört. Wir hatten ja vor ein paar Tagen telefoniert und da hattest du mir ja erzählt, dass du ja jedes Mal, wenn du so ein neues Album machst, dass du da so eine Idee hast und dann so ein Konzept ausarbeitest und ich fand das so interessant. Magst du was darüber erzählen? Naja, es ist ja so, ich habe keine Texte in der Musik und das, was ich da sagen will, das mache ich dann im Booklet oder über eine Projektseite. Es gibt dann einfach eine Projektseite im Internet, da kannst du nachlesen, von was das Album handelt. Manchmal sagen es auch die Namen so ein bisschen. Und es sind oft so, ja, gesellschaftliche Dinge, teilweise auch ein bisschen politische Dinge. Es geht um die Umwelt und was weiß ich, so Themen, die mich einfach so berühren oder die mich so tagtäglich so anspringen. Und dann habe ich so eine Idee und dann mache ich da ein Album zu. Und Meeresgrund ist zum Beispiel ein Album, da geht es um diese Verschmutzung der Ozeane durch Plastikmüll. Und das hat mich so gepackt, ja, acht Millionen Tonnen Plastik jedes Jahr in die Ozeane. Und dann habe ich mir gedacht, wie viel ist denn das? Und dann habe ich dann das ausgerechnet und dann ist das eine LKW-Schlange, 5600 Kilometer lang, von Portugal bis Hammerfest, voll beladen mit Plastik, die jedes Jahr ins Meer kommt. Und wenn man sich das mal bildlich vorstellt, wie viel das ist, dann habe ich gesagt, da musst du was tun. Da habe ich halt ein Album gemacht darüber. Und es gibt viele so Dinge, Farben zum Beispiel, das gegen Rassismus ist, das Thema Hautfarben da als Thema. Und solche Dinge. Ja, und da, jetzt das letzte Album, Humanoid, da geht es einfach um einen Blick auf sich selbst. Wer bin ich? Wo komme ich her? Was sind meine Ziele? Und so weiter. Und, ja, ist auch wieder so geworden, wie ich es wollte. Ist auch sehr sozialkritisch. Soll einfach mal den Leuten zeigen, dass sie vielleicht mal drüber nachdenken über das, was sie schreiben, zum Beispiel im Internet, ja, auf Facebook oder so, ob sie nur irgendwelche, wie habe ich gesagt, so Headline-Leser, ja, die lesen nur die Überschrift und dann, ja, die da oben, ja, ohne mal wirklich irgendwas zu hinterfragen oder Quellen zu hinterfragen, wo man doch eben irgendwie auch sagen muss, ja, so Wissenschaftler, jetzt hat man es ja bei Corona so, die tausende von Wissenschaftlern auf diesem Planeten, gelernte Virologen, die ihr Leben lang nichts anderes machen, denen muss man doch irgendwie auch mal ein bisschen was glauben, die haben doch mehr Ahnung wie ich, ja. Ich meine, ich bin Handwerker, ich bin Kunsthandwerker, ich habe Kunst- und Bauschlosser gelernt und bin Maler und Musiker, aber was habe ich für eine Ahnung von irgendwelchen Viren, ja. Da gibt es tatsächlich Leute, die da wissen, und welche Sachen erzählen, ja. Schlimm. Ja. Und total fest auch überzeugt davon sind. Richtig, das ist ganz schlimmer. Die stehen da wirklich dahinter und das ist so eine fest eingefahrene Meinung. Ja. Ja. Und wenn du dann irgendwie ganz freundlich sagst, du, das, was du da gepostet hast, das ist aber fake und schreibst eben die Wahrheit oder den richtigen Link auch unten drunter, weil ja oft Statistiken gefälscht werden oder sowas. und dann ist es nicht so, dass der sagt, oh danke, ja, und ich lösche das wieder, sondern der sperrt dich oder blockiert dich dann. Genau. Und wenn er irgendwann ständig alles irgendwie auch von Facebook her blockiert kriegt, weil alles fake ist, was er postet, dann geht er dann zu Telegram oder so. Das ist aber nicht viel. Ich würde auch sagen, dass wir, das war nicht nur in der Corona-Zeit so, das ist auch schon davor so schlimm gewesen, dass wir, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber was ich hier in Deutschland beobachte, ist, dass wir eine Kultur der Rechthaberei etabliert haben. Ja. Ich habe Recht, du hast Unrecht und du musst jetzt meine Meinung übernehmen und es wird nicht mehr miteinander gesprochen, habe ich festgestellt, auch im Kollegenkreis, es wird wenig miteinander, es wird nur noch übereinander gesprochen. Das ist bei den sozialen Medien, die haben das meiner Meinung nach auch noch zusätzlich befördert. Du kannst dafür jeden Mist, ein Like da lassen oder ein Dislike, was auch immer. Ich glaube, dass das auch nochmal das Ganze so ein bisschen verschärft hat. Und wir müssen, und ich denke, dass du da mit deinem Album thematisch voll ins Schwarze triffst. Naja, das Problem ist, dass heute eben jeder sich so darstellen kann, als wäre er eben irgendwo eine richtige, zuverlässige Quelle. Ja, wenn ich jetzt morgen eine Gruppe aufmache und sage, ich nenne diese Gruppe Deutsches Institut für Wahrheitsforschung, ja, und ich nehme mir einen Anzug mit Krawatte und setze mich eben schön an den Schreibtisch, im Hintergrund ein schönes, großes Bücherregal, das denkt jeder, ich hätte das gelesen und dann wirke ich auf viele schon als wüsste ich was. Dabei habe ich überhaupt keine Ahnung, ja. Aber du kannst das eben so suggerieren und es gibt ja auch so einige, die eben wirklich überhaupt keine Ahnung haben, aber sich so darstellen, als hätten sie eine. Und da gibt es dann eine ganze Menge und keiner weiß, warum die das tun, aber auf der anderen Seite, wenn ich dann sehe, dann gibt es welche, die haben dann 90.000 Follower oder sowas da und da steht dann ganz fett, bitte gebt 5 Euro für die gute Sache, ja. Und wenn ich mir dann sage, weißt du, bei den Followern, wenn da jeder 20. nur 2 Euro gibt, hey, der verdient jede, verdient mehr wie jeder andere, der arbeiten geht, ne. Also das muss man natürlich auch sehen, das ist für viele einfach nur eine Geldquelle, das ist wie bei Influencern auch, ja, das ist. Ja, klar. Das Einzige, was die können, ist nämlich reden, können sich verkaufen. Ja. Ja, mit ihren Kaisers mal spielen. Das muss ich auch können, ja. Muss jeder Musiker, glaube ich, können. Also ich kann das nicht, deswegen kann ich von meinen Einnahmen aus meinen Alben verkäufen, meine Familie so einmal im Jahr zum Eis einladen. Ja, also ich werde ja oft so kritisiert, ne, dass ich entweder nur Equipment habe und ich habe ja überhaupt keine Ahnung, ich habe nur viel Zeug und mache viel Werbung oder so, aber andererseits ist es eben so, es gibt ja diesen Grundsatz, wer nicht wirbt, der stirbt und wer eben nichts macht und bei mir ist es eben so, dass ich versuche, die Leute direkt zu erreichen, eben über Konzerte und so was und das funktioniert ja auch irgendwie. Ja, man muss ja machen noch CDs und ich verkaufe CDs und das ist okay. Man muss ja dazu sagen, dass du das alles in Selbstmarketing machst, es gibt ja keinen Vertrieb bei dir. Doch, es gibt einen Vertrieb, natürlich. Es gibt einen Vertrieb? Ja, es gibt einen Vertrieb, klar, Q-Records macht das und der ein oder andere auch, aber das ist halt, ich mache es natürlich auch selber, aber der Grund ist eigentlich der, dass ich habe wahnsinnig viele Leute, die sehr oft bei mir kaufen, also die fast jedes Album von mir haben und die möchten natürlich immer eine Widmung haben oder ein Autogramm oder irgendwie, ach, schreib mir was Nettes rein und so weiter und das geht natürlich über den Vertrieb nicht, da kommt halt die CD so, wie sie eingeschweißt ist und so mache ich das dann und ich habe deswegen auch immer so 2000 Booklets extra von jedem Album und die nehme ich einmal für Konzerte so ein bisschen als Flyer, weil da hinten auch meine Adresse und Kontaktdaten drin sind, zum Zweiten aber auch, wenn einer ein Album kauft und hat noch ein Booklet von einem anderen, dann weiß er ein bisschen, um was es da geht und ich habe halt auch kein Problem, da mal eine Widmung reinzuschreiben, weil dann bleibt die CD eingeschweißt und ich lege das einfach dann lose bei und dann hat er immer noch so dieses Feeling, er packt es selber aus und das ist irgendwie doch schöner. Definitiv. Womit wir wieder bei unseren News angekommen sind. Einfach mal eine Schaltplatte auspacken und auflegen. Ja, bei mir sind es halt CDs und dadurch, dass es meine Musik ja nicht im Netz gibt, das ist ja auch noch ganz wichtig, ich bin nicht auf Soundcloud, ich bin nicht bei Bandcam, nicht bei Apple, nirgendwo, sondern es gibt die Musik tatsächlich nur eben zu kaufen oder hier und da mal auch im Radio, so ein Online-Radio, wenn das mal läuft, aber ansonsten müssen die Leute eben das Album kaufen und auf YouTube gibt es dann meist nur so zwei, drei Sachen, die irgendwann viel, viel, viel später nach dem Erscheinen des Albums dann da mal anzuhören sind. Dann den ersten Track vom neuen Album, der ist jetzt drauf, das ist aber auch schon wieder irgendwie zwei Monate her, als das erschien. So möchte ich eben auch die Leute dann belohnen, die das Album kaufen, das sie eben vorher haben. das ist so Prince-Style, hier der großartige Tough Cup hat er sich ja früher mal genannt, die Artist formerly known as Prince, der hat sich auch, als es damals losging mit den Downloads und mit den Streams und MP3s in den Nullerjahren, hat er sich komplett verweigert und hat gesagt, dass er das nur an ganz bestimmte, an seine Fans verkaufen will und hat das ganz streng limitiert und er hat sich da sehr zurückgezogen und hat sich da quasi mit Händen und Füßen gegen diese, ich sag mal, ganz platt gegen diese Ausbeutung gewährt. Ja, ist ja auch so. Ja. Weil ich sehe es eben so, dass die CD ist für mich so ein Gesamtwerk. Klar. Und das ist so ein Gesamtkunstwerk, da gehört die Grafik dazu und das ist alles irgendwie im Verbund, ja. Und nicht nur die Musik alleine, sondern ich will ja auch mit der Musik was aussagen, das Album hat ein Thema und das Thema kannst du natürlich nur nachverfolgen, wenn du auch das Bucklet hast, weil das da eben irgendwo so ein bisschen aufgedröselt ist. Ja, das hast du mal im Download. Ja, das kannst du machen, aber das will ich eigentlich nicht. Das ist so, als wenn ein Maler seine Bilder dann als Poster verkauft oder als Download verkauft, das ist irgendwie auch Blödsinn. Ja, genau. Das ist, nee, das ist nichts. Also, für mich ist das ein Gesamtkunstwerk und ich mache ja auch die ganze Grafik selber und sehr aufwendig auch. Ich zeichne viel und male viel oder bearbeite da die Bilder und ja, und da gehört das irgendwie alles dazu, denke ich. Und wer das eben haben will, der soll es kaufen und wer es nicht haben will, der kauft es eben nicht und dann ist es auch gut. Du hattest bei einem Album, das fand ich so klasse, das war glaube ich bei Farben, hast du dich selber fotografieren lassen. Du hast dich glaube ich ganz bunt anmalen lassen von einer Freundin. Body Paintering. Body Paintering. Und ich fand das so klasse, das hat mir echt gut gefallen, da bist du selber schon quasi nicht nur, dass du dieses Werk, dieses Musikwerk hingestellt hast, du bist selber quasi auch als Kunstwerk dort präsent dann auf dem Cover. Das hat mir sehr gut gefallen. Danke. Ich bin ja da zu Herr Rosel Grasmann gegangen, die hat mich dann angemalt und meine Frau war um uns mit, wir haben uns beide anmalen lassen. Das hat ja den ganzen Tag gedauert, das ging ja stundenlang, ja, wir haben uns doch gegenseitig angemalt, damit wir überhaupt ein Ende kriegen und da sind wir so angepinselt, wie wir waren, sind wir dann im Auto weggefahren in so eine Pampa da, in so ein Waldstück, ehemaliges Gelände vom Militär, das abgesperrt war und da haben wir dann die ganzen Fotos gemacht, bergeweise Fotos. Die ist auch Fotografin, die Rosel Grasmann hat in New York gelebt und so und die hat diese geilen Bilder gemacht und ich habe das dann halt, wie gesagt, für das Cover genommen und die CD ist ja nochmal in einem großen Karton drin und der Karton selbst, der hat auch nochmal einen Vierfarbdruck mit einem großen Herz drauf, das ist ein Ölbild, was ich auch gemalt habe in Öl und da in der Mitte drin ist die Wellenform von Martin Luther King I Have a Dream. Das Ganze hängt also alles irgendwie zusammen und da ist auch ganz viel Text im Booklet. Das Booklet hat auch, glaube ich, 28 Seiten und da gibt es auch, wie gesagt, ganz viel Text, UN-Resolution und alles, was irgendwie so eigentlich ganz normal ist. Also es geht um Menschenrechte, die man auch gar nicht hinterfragen muss und ja und darum geht es in dem Album. Da gibt es auch einen Film, der ist 74 Minuten, so lange wie das Album, auch mit diesen Texten drin, viel Bildern drin und der wird teilweise auch an Schulen gezeigt und so. Ja. Wo bekommt man diesen Film? Wer das Album bei mir gekauft hat, kann den kostenlos von mir haben. Ach so, okay. Der ist nicht im Handel, aber wer das Album gekauft hat, der kann mir einen USB-Stick schicken und dann packe ich den Film da drauf und dann schicke ich ihn wieder zurück. Das ist cool. Das finde ich eine gute Idee. Ja. Das ist ja auch so ein Mehrwert. Das ist so kostenlos. Aber es ist ja auch ein Mehrwert. Ja, es ist halt nochmal ein Film, der eben das Ganze noch ein bisschen plastisch darstellt. Also es ist halt anders, wenn du dann noch ein Bild dazu hast. Und die Songs, die Tracks haben ja alle Namen nach Farben. Die heißen ja dann Rot, Grün, Blau, was weiß ich. Und da ist dann, wenn du den Film siehst, ist dann immer noch ein Text. Der läuft dann auch in diesem Film mit ab. Und das fängt dann an mit einem großen Gong. Auch das Album fängt ja mit einem Schlag auf den großen Gong an, hier auf den Meter, Zehner Gong. Ja, der ist ein zentnerschwere Ding. Und der Text fängt dann an. Jeder Kampf beginnt mit einem Schlag auf einen Gong. Und ein großer Kampf beginnt mit einem Schlag auf einen großen Gong. Und das ist eben der Kampf gegen Rassismus. Ja, und das war eben das Album Farben. War auch sehr erfolgreich, hat sich gut verkauft. War limitiert. Es gab nur 300 Stück. Die wären eigentlich schon längst alle weg. Ich habe noch 10 oder 15 Stück hier. Weil ich eben keine Konzerte gespielt habe. Das war halt Corona. Da war ja zweieinhalb Jahre nichts. Das heißt, wenn jemand noch das Album haben möchte, bestellen. Es gibt noch welche, aber nicht mehr viel. Kann man bestellen wo? Ja, entweder über meine Homepage, direkt anmailen. Facebook, PN, egal. Links in Händler Show Notes. Das ist sehr schön. Ja, ich sehe, unser Gast schwächelt. Meine Kehle ist auch schon ein bisschen trocken. Ja, ich habe gerade mal einen Schluck getrunken. Alles gut. Alles gut. Ich trinke immer schon heimlich. Ich bin mit meinen Fragen eigentlich durch, Sascha. Hast du noch Fragen? Nein. Nein. Gut. Ja. Möchtest du das Schlusswort machen? Ich? Ja. Wer? Achso. Ich bedanke mich einfach, dass ich überhaupt hier sein durfte. Weil das ist ja auch nicht so ganz normal. Ihr seid ja auch zwei ganz nette. Oh, danke schön. Ich verfolge den Podcast ja auch. Ich gucke mir den immer an. Ich finde den immer super interessant. Und ja, tolle Sache. Muss man unterstützen. Bin ich auch gerne dabei und freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, und sage einfach mal vielen Dank und tschüss. Wir freuen uns, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns hier diese kleine Sendung zu machen. Das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, das war super. und gerne wieder. Ich auto mich auch hier als Fanboy, ne? Also, großer Fan. Ja, danke schön. Da ist ja wohl ein Autogramm fällig, oder? Jede Zeit. Also, ich weiß gar nicht. Habt ihr denn das neueste Album? Nee, noch gar nicht, nein. Ja, dann wird es aber mal Zeit. Ich arbeite ja schon wieder am nächsten. Okay. In diesem Sinne? In diesem Sinne, ja. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt. Der Probe-Podcast bei einem gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Und tschüss. 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 Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Ruhschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Shownotes. Der Probe-Podcast Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Ein Podcast